Hallöchen liebe Leute und herzlich Willkommen zum nächsten Let's Play mit Horken. Oh Horken, hey, grüß dich. Ich bin natürlich Infinity und wir waren gerade ein bisschen arm an Keyes. Dann haben wir gedacht, wir gehen los und ziehen. Wir ziehen los und holen uns Keyes und haben schon ein bisschen was gefunden. Wir haben auch eine große Höhe gefunden und bei Release, da habe ich auch eine Porto Gang gefunden. Wenn ich gedacht, wir haben den Mod gar nicht drauf. Als wir gerade mit der Porto Gang gespielt haben, bin ich sogar gestorben. Deswegen habe ich gerade Soul Fray. Wir haben uns vorgenommen, jetzt um auf ein Dach eine Farm zu bauen. Willst du noch was sagen? Nö, du hast es ganz treffend auf den Punkt gebracht. Also wir machen Ordnung, weil man unten kaum noch laufen kann am Ausgang. Wegen all der Bären und irgendwie haben wir nichts zu futtern. So wirklich? Ja. Bringst du einen Gusstisch mit? Oder dieses Ingrid? Ja, ja, das Ingrid Cast bringe ich mit. Machen wir, machen wir alles. Ja, war ganz schön lustig. Wir haben gerade einfach mal so richtig viel gefunden. Ganz viele Scharts für mich. Zettos Kristalle. Hast du noch so gefunden? Äh, Fah, Eisen, Gold. Den üblichen Kram halt. Und nochmal drei Enderplatten habe ich auch gefunden. Da habe ich einen Enderman abgezogen. Zwei waren in der Verliese. Wir haben Skatzball und Frauen auch davon. Lass auf, dass du dich Smildery nicht so schnell abbaust. Ich habe hier noch sechs Wachen drinnen. Ja, ne, ich sehe es ja. Genau. Ich sehe, ich sehe ja, wo der Piger ist. Ich sehe, dass ich nicht reinfalle. Ja, das wäre auch blöd. Ach, ich habe das leider nicht im Moment. Ja, aber es sind jetzt glaube ich die letzten zwei. Dann habe ich alle raus. Ja, ist weg. Da dachte ich mir. Ja, dunkel. Schon wieder? Ja, schon wieder. Besteht dieses Spiel nur aus Nacht? Daran, dass wir gerade so viel mit der Polygon rumgespielt haben. Das war gar nicht so viel. Einfach gestorben. Es reicht. Ui, sind da Wolken. Au. Äh, jetzt brauchen wir eigentlich Holz, um es wieder schön zu machen. Naja. Auch wenn du den da unten kaputt machst, dann kommt man ganz viel raus. Den hier? Kann man ein Stück noch nehmen. So, das sieht auch schon mal ganz nett aus. Ach ja, die Kiste hier, die ist äh... Naja, fällt uns schon was zu ein. Schau mal, wir brauchen eh Erde für hier unten. Ähm... Haben wir hier schon Erde als Block irgendwie? Ja. Wie siehst du? Ich glaube, dass wir schon Erde gesammelt haben. Wo ist denn der Dolly? Weiß ich nicht. Muss da irgendwo rumliegen. Vielleicht mehr Werkzeuge? Jep. Da ist er noch. Soll ich sie bei dir hinstellen? Ja ne? Sind voll. Ja, ich stell sie irgendwo hin. Irgendwo wirst sie wieder finden. Ich merk grad, der Boden ist nicht äh... gut ausgepuffert gewesen von unten. Muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Hast du genug Erde? Weiß ich nicht. Ich hab jetzt erstmal ein Stack mitgenommen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ach Mensch, ich wollte ja hier... Äh... So... Das wäre doch ganz clever, wenn wir gleich zwei ähm... Blöcke hoch auspolstern. Weil wenn hier ne Farm ist, wird hier auch Wasser sein. Und wenn das ein Baum runterfliegt, sieht's bestimmt scheiße aus. Sieht scheiße aus, ja. Aber wir werden das Wasser immer genau in der Mitte machen. Und deswegen wäre es sogar gut, den ganzen Baum noch einen breiter zu machen. Aber das Wasser immer in der Mitte geht gar nicht. Natürlich. Hier, wenn hier alles Wasser ist, dann kann links und rechts überall... was gepflanzt werden. Ach so willst du das machen, meinste? Hier muss... Wasser hin. Da müssen wir dann irgendwie... Oder wir lassen den einfach so. Ja, den wollte ich da lassen. Deswegen baue ich nur drumherum. Das heißt... Du brauchst alles gar nicht doppelt machen. Vielleicht das... Da wo das Wasser ist, das doppelt. Ja. Aber damit es schwingen ist, können wir hier noch einen breiter machen. Hm. Ich hab schon wieder geklappt. Da ist mein Inventar. Was ist denn hier los? Musst du das Zeug mal wegnehmen, was du da drin hast? Ne, das sehe ich nicht ein. So. Ja, der Winter steht vor der Tür. Winterzeit ist Grippezeit. Ja. Du warst auch ordentlich krank. Ich war jetzt auch eine ganze Woche lang krank. Nicht schön. Wir haben beide schon mal eine mitgenommen. Vorsorge ist besser, als hinterher erst eine kriegen. Schon mal das volle Programm inklusive Arztbesuch und Spritzen. Warum hast du das hier wieder zugemacht? Wo war's hier? Ich wollte das Wasser in der Mitte haben. Warum habe ich nur eine Wasserquelle? Hey, bleib mal entspannt. Noch haben wir kein Wasser. Ich mach erstmal alles zu. Ja, ich hab das schon so gemacht. Ich hab das schon durchgeplant. Du musst mir schon von deinen Plänen erzählen. Ach, du hast den ganzen Rest Erde mitgenommen. Ja. Du nimmst aber auch erst immer alles mit. Du bist sehr gut darin, Dinge alleine zu tun. Noch gar nicht. Wie soll ich denn so arbeiten, verdammt? Oh, ach. Was machst du denn? Ähm. Orgwin, wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Oh, ah, ah, ah. Irgendwie falle ich hier grad ganz weit runter. Mal gucken, wie weit man hier kommt, um den nächsten Fahrstuhl zu finden. Ich weiß, wir haben hier in regelmäßigen Abstand einen Fahrstuhl auf dem Baum. Das heißt, irgendwo muss ich einen finden. Den ganzen Baum kaputt. Was mache ich? Den Baum kaputt? Gar nicht wahr. Ich lauf den grad nur runter. Oh. Erst machen wir zwischendurch was. Oh, ich sehe Licht. Da könnte auch ein Fahrstuhl sein. Das müsste deine Zauberetage sein. Da ist definitiv ein Fahrstuhl. Oh, ich sehe Licht. Meine Zauberetage ist nicht kaputt. Da ist er wieder. Hast du einen Wassereimer? Sehr schön. Ähm, klar. Bestimmt habe ich einen. Im Inventar? Ich habe keinen. Okay. Dann besorge ich mal ein zweites bisschen Wasser. Aber ich habe einen Eimer. Na ja, Eimer habe ich auch. So. Da war Eimer. Den brauchen wir grad nicht. Echt nicht? Nee. Wollen wir keine Magma-Blütenpflanzen? Das ist grad schlecht. Guck, da hätten wir das Eingang zum nächsten Baum. Von oben. Wo? Da, da. Der Baum ist oben. Wenn du da einsprichst, dann fällst du bis zum Boden. Oh, cool. Da kommt doch noch so ne Ideen. Ich? Wenn sonst. So, dann machen wir mal hier Licht. Aber das ist viel zu wenig, glaube ich, ne? Eigentlich müsste... Warte mal, du bringst das ganze Design durcheinander. Drei... Sieben mal sieben ist eine Farm. Hast schon. Guckt gut aus. Alles genug beleuchtet. Wir stellen jetzt hier gleich... Ich mache jetzt hier gleich meine Golems. Und dann werde ich alles bepflanzen. Oder du? Möchtest? Hol mal deine Golems. Vielleicht will ich noch welche machen. Hol deine Golems. Welche machen, wie gesagt. Na, dann mach welche. Ähm... Was sagst du? Nee, mach ich aber nicht. Ich werde grad meine Polo gab auf jeden. So, ähm... Da... Ach ja. Oho. Hohohohohohoho. Hohoho. Werkzeug, Werkzeug. Wann hast du denn hier an der einen Seite zwei so... Äh... Dings. Zwei Spalten Holz. Wollte ich eigentlich auf der anderen Seite auch machen. Ähm... Weil... Wasser... äh... Leitet... Wasser... Be... Wässer... Ein Feld immer nur... viel Blöcke weit. Den bringt so... Den bringt das hier hinten ja gar nichts. So, wir hätten in der Mitte auch müssen... an einigen Stellen was lassen sollen. Dann müssen wir auch irgendwo Sugarcane und so hinkriegen. So, so Zuckerrohren so... Oh, meine Hoheskumput. Das kriegen wir alles noch hin. Wenn nicht mache ich hier so auf den Essen noch so ein paar kleine Farben. So. Oh... Mmm... Holz... Sticks... 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 Oh... Ist kaputt. Meine Hoheskumput. Aber... es ist natürlich kein Problem. Faguna Matata. Was kriegen wir hin? Ich krieg sogar eine Stiefmann dafür. Yeah. ja fang an zu ackern man, warte mal, ist denn hier die Golematik, ich hab da schon mal irgendwas gemacht mit den Golematik, wir haben nämlich schon sammeln und ernten und da sind die beiden die wir noch abgebessern auch. Ja sieht doch schon ganz schön aus, dann bauen wir hier mal Karotten hin, äh nein Kartoffeln so, Karotten tun wir hier hin, ein Golem organisierter, mach ich, hol den Golem an, lecker, mach den Golematik, dann machen wir ein Golematik, ein Holz Golematik, ja auch Holz reicht glaube ich, ne, ja ja, das reicht auch, ist auch hier schon im Inventar, vorbereit gelegt, Kessel, den ich vorhin gefunden hab, doch, äh warum ist meine Puzzlegang jetzt eigentlich, äh, Angst, weil die nicht glaubt. Vielleicht hast du dir ein Crafting-Table getan. Ich glaub schon, dass so's geht. Ne, das hab ich auch probiert. Man kann die doch, ne, warte mal, man kann die mit Schinken und so umcrawfen glaub ich. Mit Schinken. Keine Ahnung, warum das? Ach so, wenn du hier das brauchst, das ist hier. Genau, hast du diese ganzen, ah ok, da kommt's. Hast du auch die ganzen Steine noch, genau, ja, gib's her, gib's her. Oh, ne Wolke. Genau. Weg damit. Was? Geh mir weg mit der Wolke. Brauch ein, ein Flie. Brauch ein, ein Flie. Ja. 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 Okay, so wo, haben wir noch nicht Platz. Dann wollen wir doch die Smilderie hier mal ein bisschen aufbohren. Huch, ich hab loch an die Decke gemacht. Warum tust du so was? Weil ich Feuer machen möchte. Warum willst du sowas? Och, warmes Wasser. Wofür das denn schon wieder. Baden, wie baden. Baden wird überbewertet. Ups, nein, ich bin voll in die Smelterie gefallen. Wir wollen mal sehen, wie das aussieht. Ja, die ist glücklicherweise nicht an. Hast du gerade schade gesagt? Nein. Nein. Nein, natürlich nicht. Also meine Eimers. Deine Eimers? Das habe ich bewusst so blöd gesagt. Ich hätte noch so viele gehabt. Keine ganzen Steck. Also, ich hätte drei, aber. Ach, hier ist ja gar keine Lava mehr drin. Oh nein. Mensch, da muss ich doch gerade was gegen tun. Brauchst du Lava? Ich habe Lava. Ich habe eine Eimer Lava. Ach, jetzt echt? Wieso komme ich denn hier nicht rein? Bling, und schon habe ich einen Tiegel. Also manchmal sind die Hitboxen hier schon ein bisschen seltsam. Äh, aber... Ich brauche eine Dunstabzugshaube. Eine Dunstabzugshaube? Auch nicht schlecht. Ich bin gerade eine. Weil, ähm, hier fließt manchmal dieses eklige Zeug rum, dieses blaue, wenn ich... ...hilfe tue. Dann ist das Ding... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Fällt mir noch ein. Ah, es wird schon irgendeinen Namen haben. Ja, irgendwas mit F. F. Dachs oder sowas. Ach so, ach, das Zeug. Ja, verkackte Magie. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwie zu viel Magie ist, dann entsteht das Zeug. Deswegen mache ich hier oben so einen kleinen Auffangbehälter aus, äh, Stein, damit die Blase davon mal in der Decke kleben. Ich verstehe, verstehe. Wenn ich nur mit Erdor so ausfüllen, dann ist das weg. Ich weiß leider nicht, wie man das so richtig... ...geht, weil ich irgendwie noch nie so richtig was mit... ...viel zu tun hatte. Mit Flanus? Ja, ich habe dieses mit dem Tier, glaube ich, mal sein lassen. Okay. Ah, jetzt, wo ich Grundlust machen möchte. Brauche ich es. Licht aus, Licht an. Mein Wasser ist aber schon heiß. Sehr schön. Alle Wasser. Mit der Bargammer wieder richtig sauber wird. Richtig. So. Oh mein Gott, das brennt. Einfach mal gebrannt. Macht mein Sicherheitsradius noch eingerößer. Wir wollen ja nicht, dass hier alles in Flamme aufgeht. Ja, fatal. Wäre nicht das erste Mal, dass du mit Feuer spielst und das gefährlich für uns wird. Quatsch, was habe ich noch nie gemacht. Ich sage nur, meine Axt macht Feuer. Guck mal hier, mit Links-Klick und mit Rechts-Klick. Oh, das löscht ja gar nicht. Ja, so habe ich es nicht gesagt. Aber so ungefähr war es doch schon, oder? Ja, etwas. Das ist eben nicht mehr. Ja, habe ich da jetzt weiß ich den Controller reingebaut? Nee. So. Doch. Mist. Äh, warum ist denn meine Aufnahmerein schon wieder beendet? Ich weiß nicht. Das ist mir noch Aufnahmerein schon wieder beendet gewesen. Also meine läuft noch. Das letzte Mal auch gehabt, das Problem. Wir haben noch fünf Minuten. Das letzte Mal das Problem auch gehabt. Okay. Ach, schon leid, Leute. Wenn mir was gefehlt hat, jetzt. So. Guck mal schon mal nur rauf um die Size und dann sehe ich, äh, ist ja gar nicht mehr rot. Ist ja jetzt blau. Wusch. Bei dir ist es blau, ja. Bei mir ist es rot und gelb. Ja, ja, ich kenne ja Fraps. Oh Mist, mir fehlen genau zwei Stück. Ich benutze nicht Fraps. Na ja, das ist bei Fraps auch so wahr. Standardeinstellung bei Fraps ist so, ja. Genau. Kann sein, ja. So, jetzt habe ich eine Dun-Punkt-Akfug-Traue. Dunst-Akfug-Traue. Also wir haben ein riesig hohes Meltery jetzt. Sollte eigentlich richtig schnell gehen, wenn wir hier irgendwas reinwerfen. So ein bisschen das Lager rein. Was sagst du? Weil, das ist ja genauso wie die, die ich gewollt habe. Ne, die ist jetzt insgesamt noch höher. Das ist ja jetzt meine plus deine. Echt, da sieht das nicht so aus. Die müsste man von draußen sehen können. Die ist es verdammt hoch. Ich würde mal das hier einschmelzen und dann werde ich mal... Mal kurz gucken. Hat der mal einen Drang, hätte ich es zu bauen? Das ganze Zeug hier einschmelzen. Und das hier. Verzeihung. Das hier, und das hier, und das, und das, und das, und das nehme ich auch mit. Ich? Was sagst du? Nö, alles in Ordnung. Versuch sie gerade zu orten. Ja, man sieht die von draußen. Da sind auch so Feuer rausgekommen und so Qualen. Das wird auf jeden Fall ein lustiger Schorstein da draußen. Hätte ich ein paar Steine mehr gehabt, hätte ich sie noch größer machen können. Dafür brennen wir uns jetzt ziemlich schnell durch die Laber. Ich weiß nicht, was das ist, dass ich andauernd auf den Ende-Knopf komme, vielleicht. War noch nicht rauf. Rauf zu kommen. So. Während unsere Ressourcen also vor sich hin warbern, wenn man das nächste Projekt in Angriff Was ist das nächste Projekt nochmal? Eine sich selbst versorgende Baumfarm. Weil die hier versorgt sich leider noch nicht selbst. So, in der nächsten Folge werde ich über jeden Fall mal die ganzen Rezepte hier machen. Habe ich auch einige. Wo ist es denn? Wie machen wir denn das am besten? Strom haben wir hier. Wo sind wir denn den ganzen Schnitzel? Ich habe 27 im Inventar, falls du welche brauchst. Schnitzel-Teil. Hallo. Was? Ah ja. So. Du hast doch oben jetzt Platz, ne? Das ist super. Wo? Wo oben? Können deine Golems eigentlich auch Bären farmen? Das weiß ich nicht. Das werden wir alles noch ausgewählen. So. Genau, als nächstes fange ich an hier mit dem. Habe ich mir schon ein paar... Macht. Brille der Entfüllung, Blocktausch, Graben, Schütz. Deine Golems schon am Machen? Ne, ne. Ich habe doch gar keine Golems. Achso. Golems. Ich muss erst alles hier machen. Bist noch dabei. Ja, ja. Ich brauche erstmal die ganzen Golem-Kerne und so. Ich will dann alles hin. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin jetzt erstmal ganz schön baff, dass hier meine Folge irgendwie nicht weiter aufgenommen wurde. Genau. In ein paar Sekunden wird eh der Wecker klingeln und dann... Was? Mach dir bloß aus? Ist die hier rum. Beim letzten Mal haben wir ständig verpasst, ja, wann die Folgen zu Ende sind und jetzt. Ja, bestimmt aber nur, weil die Folge bei mir, ähm, na weisschen, abgebrochen wurde. Naja, und weil du teilweise nicht drauf geachtet hast. Wir hatten so viel zu tun, wir waren so in Arbeit, dass wir gar nicht da aufgepasst haben. So. Ach du meine Güte. Ja, die Zeit ist rum. Das ist genau das Richtige in der Lastplay. Richtig abgeben wir dir auf jeden Fall. Genau. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Haut da rein. Haut da rein.